Jetzt habe ich seitliche Anströmungen. Man tippt, wann wird was passieren? Da wird so bei, sagen wir mal, wo vor 10, 11 vielleicht eine Auswahlprofilkappe sich vielleicht lösen können. Sonst nix? Nö. Irgendwann wird die schon kaputt gehen, aber dann wird das auch so ein starker Wind sein, dass sie das dann auch darf. Jetzt fangen die Arme an. Dann gehen wir auf 9. Da sieht man, dass die rechte Seite ziemlich stabil drinsteht und sie aufbeult. Und die linke Seite, das Tuch, dann stark halt vibriert. Das ist ja wie so ein Gitarrenbild an der linke Seite der Saum. 26. Hä? 27. 30 Meter, das ist also kurz vor Windstärke 12. Also schon Orkan. Die Mittelnaht von dem Tuch, die ist jetzt aufgegangen bei 36 Meter pro Sekunde. 130 Stundenkilometer über 12, also Orkan schon. Und dann durch diese ganze Vibration im Dauerlauf, die beiden Tuchbahnen, hat sich die mittlere Naht jetzt gerade aufgelöst. Also hat sich getrennt, das Tuch. Nichts weiter passiert. Jetzt mal rein für die Schattenwirkung. Astral, funktioniert noch. Ja. 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 Ja.